Die DreamStation ist dafür gemacht, Sie auch unterwegs zu begleiten. Die Tragetasche, die Sie inklusive erhalten, sollten Sie im Handgepäck mitführen und nicht als Gepäck aufgeben. Gehen Sie vor dem Einpacken sicher, dass der Wasserbehälter leer ist. Um Sicherheitskontrollen komfortabel zu passieren, ist an der Unterseite des Gerätes ein Hinweis angebracht, dass dies ein medizinisches Gerät und für den Gebrauch im Flugzeug geeignet ist. Sie sollten außerdem das Benutzerhandbuch zusätzlich mit sich führen. Mit der Reisetasche für Therapiegeräte können Sie die DreamStation und Ihr Zubehör in gepolsterten Fächern praktisch und sicher in einem Gepäckstück unterbringen. Sie verfügt auch über eine trennbare Laptop-Tasche. Wenn Sie ins Ausland reisen, sollten Sie ein entsprechendes Netzkabel oder einen internationalen Adapter mitnehmen. Kontaktieren Sie Ihren Dienstleistungsanbieter für zusätzliche Informationen. Innovation & You Philips Respironics Laptop-Tasche 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 Laptop-Tasche